Yo Leute was geht dazu am Start und ja heute mal wieder mit einem Video und zwar ja erstmal Mäusen und ich erstmal meine Info, ich konnte in letzter Zeit kleine Videos machen, weil ja Hobbys, Schule, ja bei der Feuerwehr stand auch ein Wettkampf an, ersten Platz haben wir gemacht, ja und soweit was das mit der Info. Ja, das Hauptthema heute ist ein Trade und zwar habe ich ein paar Rams im Angebot, was ich haben würde oder gerne haben würde ist halt vielleicht ein Yellow Wood Deck, es ist jetzt nicht so dass ich mein Funky Fingers Fingerboard, zu dem ich auch noch ein Review machen werde, unzufrieden bin, es ist sehr geil und so, aber ich würde oder würde halt gerne mal ein Yellow Wood Deck haben, aber auch sonst Rams gegen Rams. Einmal die J-Bamp, sehr guter Zustand, bin die eigentlich, ja, bin nicht so viel gefahren, Nornsliders sind dran. Einmal die Box 4, auch sehr guter Zustand, Nornsliders sind dran. Ja, einmal die Rail hier, die schwarze, hier das eine Bein, das wackelt ein bisschen, aber sonst ist es fast fest, das kann ich ja noch mal festigen. Nornsliders sind dran, also halt die 4 Aquarellen von Black River hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht, in dem Licht. Also mal Black River eingravieren. Ja, und einmal meine Homemade Concretes, also meine selbstgemachten, von Funk Rams. Aber davon kann ich natürlich ein paar mehr machen, das hier mit dem Mosaik. Da kann ich auch euch, wie ihr das haben wollt, auch verschiedene Farben machen. Also, ja, das war's halt erstmal für den, da, dazu, wegen dem Trade. Ja, wie gesagt, Yellow Wood Deck wäre cool, sonst Rams gegen Rams. Schreibt, was, was ihr habt oder was ihr gerne haben wollt oder wofür, wie auch immer. Und in die Kommentare wäre nett, wenn ihr das Video liked, wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, dann nicht. Wenn euch das, oder wenn ihr das interessant fandet oder euch für das Thema Fingerboarding interessiert, könnt ihr meinen Channel gerne abonnieren, jetzt werden auf jeden Fall viel, viel mehr Videos folgen. Und, joa, ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein!